Keine Ahnung, ich guck mal was für mich... Okay, ich schau einfach wie das läuft bei dir und da melde dich. Ja, ja, ich melde dich. Adios, ansonsten machen wir das morgen. Adios. Wie nach dem Blowjob von Toastys Mutter, Sir. Chat, ihr seid die schlechtesten Wingmans, die ich jemals gesehen hab. Wirklich. Also ihr seid so miserabel, was Wingman sein angeht. Oh mein Gott, Johannes! Halt deine Frisse, du Bitch. Halt deine... Einfach nur schlecht, wirklich. Okay, wollen wir fahren? Was? Alles gut, der hat gerade Toastys, also Jar... Was? Alles gut, Mann. Alles gut, Mann. Ich glaube Jarvis hat mittlerweile ein persönliches Problem mit dir, Alter. Jarvis, dieser Huren, was redet der die ganze Zeit? Sag mal, soll die ficken mal? Der hat gerade...